Fifty Languages Fifteen Fünfzehn Fünfzehn Fruits and food Früchte und Lebensmittel Früchte und Lebensmittel I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Carrots und Tomatoes für den Soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wo ist ein Supermarkt?